Ich möchte das Thema Kosten in Versicherungen heute mal von der anderen Seite beleuchten, die auch, wie ich finde, wichtig sind und warum wir das in Deutschland auch wieder meiner Meinung nach besser machen als in vielen anderen Ländern. Bei uns hat man die Altersvorsorge als private Altersvorsorge in die Hand von Versicherungsunternehmen oder von Finanzinstituten gegeben. Und jetzt gibt es ja immer wieder Leute, die meckern, das dürfte alles nicht sein, kostet alles viel zu viel, das müssen wir machen wie in anderen Ländern, da muss es verstaatlicht werden. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Man braucht ein bisschen volkswirtschaftliches Know-how und betriebswirtschaftliches Know-how. Eine Versicherung macht Gewinne. Gewinne sind die Gelder, die sie nicht an ihre Versicherten wieder ausschütten. Und mit diesen Gewinnen machen sie zwei Dinge oder zwei große Dinge. Einmal machen sie eben Gewinne und zweitens bezahlen sie ihre Mitarbeiter davon. So, jetzt sind wir an das Thema der Gewinne. Wenn du jetzt ein bisschen Vermögen aufbaust oder hast eine Altersvorsorge, dann hast du die heute und vor allem auch in Zukunft mit ziemlicher Sicherheit Fonds gebunden. Das heißt, in diesen Investmentfonds sind auch die Gewinne von Versicherungen drin. Würde man jetzt diese gesamte Branche abschaffen, weil man sagt, das ist alles Quatsche, wir verstaatlichen das alles, würde deine Rendite der Investmentfonds nach unten gehen, weil ein ganzer Wirtschaftszweig darin fehlen würde. Wäre also meiner Meinung nach nicht so clever. Das zweite ist, da werden ja Mitarbeiter davon bezahlt. Die Leute, die du anrufst, wenn du eine Frage hast, die Leute, die dein Geld managen, die Leute, die sich um deine Richterzulagen kümmern, die Leute, die so wie ich dir das Produkt erklären und verkaufen und erhöhen und erniedrigen und beraten und was auch immer. Da kriegen wir ja alle Geld für. Aber dieses Geld bleibt ja auch nicht bei uns in der Tasche und Ende der Geschichte, sondern wir machen ja irgendwas damit. Und egal, was du beruflich machst, wenn du nicht gerade im Staatsdienst bist oder eben im öffentlichen Dienst, dann bist du von Kunden abhängig. Vielleicht nicht direkt, vielleicht mischst du Farbe zusammen und sagst, ich habe doch nichts mit Kunden zu tun, aber du mischst die Farbe zusammen, die, keine Ahnung, VW fürs Cockpit braucht oder die jemand im Bauhaus kauft, was auch immer. Am Ende des Tages bezahlt dein Gehalt ein Kunde. Und dieser Kunde oder in diesen Kunden, da sind auch Leute wie ich drin. Und die Leute, die du anrufst, die Leute, die du um deine Geldanlagen kümmern und so weiter. Und die würden ja dann auch alle wegfallen. Das heißt, es würden logischerweise auch Arbeitsplätze wegfallen. Ich konnte das noch nie verstehen, das so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber wie die Leute, die sagen, ja, die ganzen, was weiß ich, Ausländer oder Flüchtlinge, die kommen, die kriegen dann so viel Geld, was man damit alles machen könnte. Was? Damit macht man etwas Gutes. Wenn die, ich sage mal, eine Zahl 40 Milliarden kriegen, dann ist es doch nicht so, dass diese 40 Milliarden weg sind, sondern einen Monat später, bis die wieder Geld kriegen, haben die doch, keine Ahnung, 39,5 Milliarden davon in diesem Land ausgegeben. Die haben dem Vermieter Geld gegeben, die sind beim Rewe einkaufen gewesen, die haben vielleicht einen deutschen Handyvertrag gemacht. Das heißt also, dieses Geld bleibt doch in der Wirtschaft und hilft damit uns allen. Ich will damit sagen, es macht keinen Sinn. Auch wenn Versicherungsprodukte Geld kosten und man im ersten, sagen wir mal, Aufschlag gucken würde und sagen, oh, das ginge auch billiger. Ja, aber damit funktioniert eben keine, so wie wir es in Deutschland haben, gut funktionierende Wirtschaftspolitik. Das ist, das ist auch wie wenn wir alles auf ETFs, auf Computerprogramme machen. Damit tun wir uns keinen Gefallen, weil wir uns insgesamt schaden. Wir brauchen eine florierende, ähm, florierende Wirtschaft. Ich möchte noch was da hinten dran sagen, ich möchte nicht, es soll kein Freifahrtschein dafür sein, dass man sagt, ja, die Versicherung dürfen ja zu teuer sein, wie sie wollen. Nein, das will ich damit natürlich nicht sagen. Und es ist auch keine Garantie, dass man, wenn man mehr Geld bezahlt, ein gutes Produkt hat. Andererseits ist es aber auf jeden Fall so, wenn du wenig bezahlst, hast du auf jeden Fall ein schlechtes Produkt. Das, ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die versuchen das zu erklären, aber ich glaube an dem Thema Fleisch, auch, Entschuldigung bitte an die Vegetarier, ist es so, daran kann man es gut festmachen. Du kannst viel Geld für ein Stück Fleisch ausgeben, das ist keine Garantie, dass es wirklich ein gutes Stück Fleisch ist, weil du kannst auch in Anführungsstrichen beschissen werden. Aber eins ist klar, für 50 Cent kriegst du kein gescheites Stück Fleisch, kein Tier, was ordentlich gehalten wurde und gut gelebt hat. Also, ich will damit sagen, mit dem, was ich heute gemacht habe, Versicherungsprodukte kosten Geld, ja, aber es ist nicht so in Anführungsstrichen schlecht, wie das manche manchmal tun, nämlich, wir haben mal mein ganzes Geld weg. Das ist einfach Unsinn.